Abercrombie verkaufte einen Traum. Es war fast wie eine Fantasie. Die Fantasie junger Menschen. Sie machten so viel Geld durch die Vermarktung von Kleidung mit Models, die keine anhatten. Man gewöhnte sich durch die Shootings mit Abercrombie daran, halbnackt zu sein und die Kleidung, die man bewahrt, gar nicht zu tragen.